Ja Leute, nochmal vorweg, das Video, das habe ich heute Mittag aufgenommen mit einem Kollegen. Seine Stimme hört man nicht so gut, weil ich die Einstellung falsch hatte. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber nochmal dazu, wir haben uns einen kleinen Spaß. Wir haben im Kampftraining gezockt und ja, dann nicht wundern, wenn das Ergebnis halt so übertrieben ist. Ich bin kein guter Spieler und das war ja größtenteils gegen Noobs, also wirklich Noobs und gegen Bots erspielt. Also ja, aber wenigstens war es ein gutes Gameplay und dann viel Spaß damit. 4, 3, 2, 1, yo, yo, Leute, jetzt geht's ab, Alter. Live kommt Terry Black Ops 2 mit dabei, Drops iFusion aka Lars. Aber ich bin jetzt so aufgeregt, Alter. Gerade hatten wir schon eine richtig krasse Runde. Alter, ich hole... Alter, dieser TDS Fade, der ist so ein Lappen, ne? Ja, Mann. Oh, shit, Alter, wie rot ich bin, Alter. Ich schwöre, Alter. Junge, der ist so ein krasser Lappen, der Typ. Oh mein Gott, gleich hab ich Blitzschlag. Oh, Kacke. Blitzschlag, Alter. Ja. Ich weiß, Alter. Warte, ich muss den Blitzschlag einsetzen. Scheiße, der war so Kacke eingesetzt, ne? Spawnflip, Alter. Ey, ich bin... Ich bin... Ich bin kurz... Ich bin kurz vor Orbi, Alter. Nein, ich kann grad nicht. Ich bin kurz vor Orbi, Mann. Ja, ich ungefähr auch, Alter. Ey, die haben jetzt B gecappt, Alter. Was können unsere... Oh mein Gott! Ich bin hier halb am verrecken, Mann. Korrekt. Dieser T-D... Dieser T-S-O-Fate, der holt mich mit einem Blitzschlag der Hurensohn vor Orbi. Ey, Junge, jetzt hab ich keinen Bock mehr, Mann. Der holt mich vor Orbi. Ach, der ist unten. Alter, ey, komm mal bitte schnell ganz schnell in den Keller. Da ist einer. Komm mal ganz schnell in den Keller. Ja, warte, 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 warte. Bist du tot? Nee, nee, bist nicht. Gut. Ja, die sind alle oben jetzt, Alter. Oh, scheiße, da kommt einer in den Keller. Und DSG... Oh, meine Fresse. Bitte, bitte, wir machen gerade... Wir versuchen nach Fluss. Bitte, bitte. Okay. Darf ich dann noch mitgeporten? Bitte? Äh, warte, 43,2. Wir nehmen gerade auf, wenn wir uns ein Telefon direkt unterwegs nehmen. Darf ich dann noch mitgeporten? Ja, klar. Ja, klar. Aber bitte, bitte, bitte. Wenn Sie sich nehmen, wie Sie haben. Nee, Drohne, Korrektrohne, Auge. Ja, geht klar, Mann. Voll korrekt. Warum? Dank. Oh, mein Gott. Hier ist D-Face. Der kann wieder, der kann alles verkaufen. Der kann alles verkaufen. Junge, Alter. Gleich habe ich erst wieder Ding ins... Ey, Junge, wie viel schlucken die denn, Mann? Aber mein Aim ist auch so kacke gerade, ne? Todbringer. Oh, Junge, A gehört uns, oder was? Oh, 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 oh. Nein, Achtung. Nein, Orbit hat... Der Spawn ist geflippt, Alter. Ich bin auch kurz vor Orbit. Ein vor Orbit bin ich jetzt. Genau ein. Ja, Orbit. Nein. Oh, mein Gott. Kurz vor Hunde. Ein vor Hunde oder so. Ach, er hat keine Muni mehr. Ich habe Hunde, Junge, ich habe Hunde. Ich schwöre, ich habe Hunde. Junge, der ist unberechenbar, der Typ, Alter. Unberechenbar. Der hat die übelsten Abfuckerstreak. Und der zockt mit Sniper oder so, Alter. Junge, bei mir läuft es so krass, ne? Junge, dieser TSD wieder, Alter. Laber. Ja, erste Halbzeit. Erste Halbzeit. Oh, mein Gott, wie ich den... Ey, ein vor Orbi. Ich habe Orbi, Junge, für nächste Runde. Ey, ich hatte gerade 95 zu... Der Skaff-Jump ohne Skaff, Alter. Ach, Junge. Ey, ich habe jetzt Orbi und ich bin kurz vor Hunde. Ja, ich habe Orbi drausgehauen. Warum, Alter? Ey, hol den mal eine, hol den mal eine, hol den mal eine. Ah, ich habe Hunde. Jetzt habe ich Hunde wieder, Alter. Oh, und ich sterbe, Alter. Oh, schade. Aber Hauptsache die Hunde. Digga, 51, 4, Mann. Komm, wir müssen die in den Spawn zurückdringen, Mann. Ich zocker kein C4 mehr. So. Ey, die cap'n B noch, Alter. So, okay. Ja, jetzt haben die A. Ne, ich habe kein Orbit. Ich bin... Ich bin... Ich bin erst auf Dingensstreak, Mann, Alter. Auf erst... Ich bin erst auf Blitzschlag. Oh, fuck. Okay, Blitzschlag habe ich jetzt schon mal. Kämpfen die grad C, oder was? Ich bin erst auf dem Weg zu ihrer Position. Korrekt, Mann. Er holt dich. Äh, äh. Okay, Orbit habe ich auch. Junge, dieser TSO-Fate. Er drückt mir den Scuff-Jump mit Schrotze, Mann. Alter. Wo schießt der hin? Okay. Geholt. Alter, was macht der eine Typ da im Keller, Alter? Oh, mein Gott, ey. Ah, ich... Ist der Orbi schon vorbei? Junge, die verwirren mich richtig. Er hockt da unten bei der B-Flagge. Und ich sehe ihn nicht. Ich war auf Hundestreak. Ich war auf Hundestreak, aber juckt ihn nicht. Haha, 69. Junge, dieser TSO-Fate, der ist zwar 20er, ne? Aber, Junge, der... Du denkst... Du kannst ihn nicht einschätzen. So krass ist der einfach nur. LOL. LOL, wie der mich da holt, Alter. Oh, mein Gott, Alter. Die sind jetzt, glaube ich, alle hier. Ja. Letzten Dingens paar Minuten. Äh, letzte Minute. Kommt der Zieren oder nicht? Alter, ich bin kurz vor Orbi, Mann. Einen Kill brauche ich. Die Frau, einen Kill habe ich Orbi. Ja. Geil. 79,7. Geht aber vorher klar, Mann. 50, ja, Junge, Alter. 79,7. Ich habe irgendwie voll rasiert, Alter, am Anfang. Junge, du... Hätte ich den Kill gehabt, ne? Ich schwöre, Alter, ich hätte dann... Ich hätte die Hunde... Den Orbi. Den Orbi, oder? Ja, den Orbi, genau. Junge, ich war so durcheinander. Ja, klar. Ja, Alter. Ich hatte eh eine Schere, Alter, dass ich schnell auch mal die Sprecher, Alter. Jo. Also, Alter. Ja, Alter. Aber die sind die Hände, die ist wahrscheinlich... So, dann war's das jetzt, die Runde. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.